Zu viel Fernsehen schadet den Film. Und das ist ein Zitat von Elvis Presley. Mehr als 100 Zitate vom King und über ihn. Lesen Sie auch in Der King lebt, in meinem neuen Roman. Auf über 430 Seiten erzähle ich die spannende Geschichte von Elvis Presley im Heute, im Hier. Denn natürlich lebt Elvis noch. Und wo lebt er? Hier auf Hawaii. Vielleicht auf Big Island, auf Maui, wo wir gerade sind. Oder auf den Nachbarinseln, da drüben, Lanai, Molokai, möglicherweise auch Oahu, wo Honolulu und Waikiki ist. Oder lebt der ganz im Norden auf Kauai, da wo die ganzen spektakulären Filme wie Jurassic Park oder Pirates of the Caribbean gedreht wurden. Tja, lesen Sie nach, in Der King lebt. Mehr dazu auch unter bluehawaii.de. Hang los!